Schau mal, was passiert. Und ich send Grüße an mein Mädel raus. Thank y'all, thank you and thank everybody. So schaut's aus und wir machen heute Insti-Party. Gott sei Dank funktioniert es auch so. Und es geht weiter mit der Max-Mersenne-Show. Ich mache die Sache für die Ladies, die heute lachen. Und die Männer, die immer noch den Kuchen marsch haben und sich bewegen. Genau an euch dahinten. So schaut es aus, man muss gut im Hochgefinde. Man fährt durch Deutschland rum, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Und die Musik ist so fresh. Und wir bringen sie weiter über das Land. Wir sind vielleicht noch nicht in jeder Stadt, aber trotzdem tingeln wir halt von Dorf zu Dorf. Und die Leute sagen, ey, Junge, glaubt mein Wort. Wenn der Mack das Dachs packt und Lichtsling auspackt, dann sagen die Leute, Junge, das ist saustark. Und wenn der Felix einmal an die Bates drum ranlässt, oh, es ist hart, wenn er das Drumset anfasst. Das sollte man verbieten, es ist einfach zu krass, so einen guten Drumherr zu kriegen. Da hast du wirklich was gemacht, wirklich feiner Schachzug. Was der Felix macht, Applaus, denn er macht's gut. So sieht es aus. Noch ein bisschen mehr Applaus. Denn die Session ist noch nicht raus. Denn ich probier einfach was, ich zähle einfach den. Der Thomas spielt ein feines Instrument, das man an dem Woman erkennt. Die tiefen Frequenzen, das ist sein Ein. Deswegen steigt er mit den Basslines rein. Und ich hab mir beim Solo vorher wirklich gedacht, das ist ein Groove, das schiebt, was der Thomas da macht. Also bitte, bitte kann ich's jetzt mal jeden noch mal hören. Mach bitte Lärm für den Thomas, der ist ein Burn. Aber wir sind nicht allein, wenn wir das gut machen, ist unser Professor, nein, der Dr. Bublan. Der Chef war an diesen schwarz-weißen Tassen. Er bringt sie zum Glühen, wenn er es sich abanfassen. Wenn er es sich abanfassen, kann man die Karte gar nicht mal umgehen. Aber es ist doch so schieb, doch so schön, wenn er Goose hinterlegt. Es ist eigentlich fernfahm von der Realität. Denn es ist halt eine höhere Sphäre. Und man muss gar nichts wieder klären. Denn Jazz und Weiber, das liegt halt der Herz. Und das kommt aus dem Bauch raus, so schaut es auch aus. Und wenn er Matthias einfach kurz einmal loslegt, dann möchte ich, dass sie ihm einen riesen Applaus geben. Und dann möchte ich, dass sie ihm einen riesen Applaus geben. Und dann möchte ich, dass sie ihm einen riesen Applaus geben.